Ich muss einfach filmen, das ist so schön, da riecht es jetzt. Jetzt kommen vier heiße Tage. Jetzt bin ich zu rüschen. Da muss sogar Wasser geben. Da haben sie 35 Grad verbrochen. Ich freue mich. Ich habe viel Wege gehabt und jetzt freue mich an Wärme. Fische und am See sein. Oh schön. Das ist eine Einheit. Ich bin der Leid der Flora. Ich bin mein Gesichter. Ich bin der Flora. Ich bin der Flora. See you. See you in der Sommer. Hey, sing ich da ganz am Ende von meinen schönen Blumen. Sind die so schön jetzt gerade, kannst du sie einfach öffnen. Ich tu jetzt auf, Knösel, singen, da sind wir. Ich und meine schöne Blumen. Ich freue mich gerade so, wenn ich rauskomme, für die gute Blumen sieht so gut aus. Die andere Blumen sind direkt. Das ist der Korn-Ampelsknopf, Dremse, Traugel vom Dach, wie ein Sohn. Und teilt ihr alles da. Wie ein Sohn, die Juden sparen, Lohd und Bruder und Wiel und Flach. Wie ein Sohn, die Juden sparen, loht und Mom, beim Himmel aus. Füß, kein hoof rein, wie ein Sohn. Ich habe die Brume extra gekauft für Fussballer, eure Europameisterschaft, das sieht doch toll aus. Oh, das ist schön, ich habe sie jetzt in der Küche da, ich sehe sie jeden Tag. Ich meine, ich ehre auch die Fussballer Sport, ich habe zehn Jahre selber gespielt, über zehn Jahre. Und jetzt sehe ich das jeden Tag und habe sicher vier Metsche oder drei Metsche sehr konzentriert gelohnt, das andere einfach mitgenossen. Ich bin nicht so einer, der jeden Tag immer gelohnt, wir sind ein bisschen verschieden, aber wenn ich gelohne, dann ist es wirklich konzentriert und dann genüße ich das. Tschüss, freue mich über das herrliche Leben, auch mit Fussball. Ciao. Hi, ich muss mein T-Shirt zeigen. Hey, das war jetzt für Schweden. Wir sind ein Schweden-Fussballspiel gegen Belgien. Leider in Belgien gewohnt, jetzt sind es Schweden raus. Und ich komme noch nicht an die Pfanne. Ich feiere trotzdem. Es war ein schöner Matsch. Wir haben das Beste gemacht und alle sind nervös, dass sie, aber klar wollen sie gewinnen. Da ist die Schweden-Fussballer, nie ganz in Kolaus. Tschüss, schönen Sommer. Tschüss, schönen Sommer. Tschüss, schönen Sommer. Dies war ein Schuster. Hier ist es hier, nicht so ein Schuster. Hier ist es hier, den hier. Hier ist es hier, die Schuster-Fusballspiel. Hier ist es hier. Hier ist es hier, die Schuster-Fussball. Und so ein Eingang. Da vorne ist wirklich ein super Weg, das Privatweg, unser Weg. Man muss ja Asfaltieren, es war auch durch, das geniesse ich die Strasse umso mehr. Da vorne sind nur Birken, also da so durchfahren ist sehr, sehr schön. Dann habe ich da extra so einen schönen Eingang gemacht mit Löwen. So schöne Steine, so sie stehen, richtig so stilvoll. Und da alles schön mit Blumen. Und hier muss ich nicht einmal viel Arbeit machen. Ich habe einmal gepflanzt und mit Perennen und das fliegt sich von selbst. Es ist wirklich schön. Jetzt haben wir gerade da, wunderbare Blumen, mehrere Orten. Und eben meine Waldbären, Rosen. Davon haben wir alle Rosen, wunderbare Innen- und Sautöger, aber sehr, sehr schön. Ich knieße das immer, wenn ich wieder herkomme. Tschüss. Ich wünsche uns an, wie wir Sie sehen. Und wir haben Leute, wir haben diese Frau. Ich wünsche mir die Frau. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, das ist mir gar nicht. Und wir haben einen großen, einen tollen Teil. Die haben einen tollen, dass die Kinder in der Schule werden. Die haben einen tollen, einen tollen, einen tollen, dass wir hier leben. Wir haben einen tollen, einen tollen, einen tollen, ein tollen, ein tollen. – Es war ein tolles Sommar. – Aarbel, die sind blommet. – Es ist ein tolles Schmack. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.